Die Sonnenblumen kommen von meinem Sonnenblumenfeld am Rande des Riemerparks. Dort habe ich eine kleine Parzelle gepachtet. Die Sonnenblumen sind handgegossen, handgejätet, handgeerntet mit viel Liebe. Und ich finde, Sonnenblumen machen einfach sofort gute Laune. Ich verschenke die an die Wählerinnen und Wähler, damit sie sich daran erinnern, am 24. September das Kreuz über den Grünen machen.